Bei mir ist hier nicht. Außer, dass es selbst mit zwei Helligkeitsstufen drüber immer noch zu dunkel ist hier drin. Jo. Ich... Au! Was? Ich bin grad irgendwie... Ich hab grad an nichts Schaden bekommen. Ach so. Ach, Gallium und Kalifornium. Gallien und Kalifornien, das ist echt, ne? Ja. 4 5 1 0 0, oder? Äh... 4 5 1 0 0, ja. Nicole, hatten wir schon mal eine Original-Map, glaub ich. Okay. Möglich. Ich glaub, wir haben alle schon mal eine Original-Map. Hallo? Ups, sorry. Ähm, okay. Ich hab' den Schuriken-Schmeißer. Ich hab' den Schuriken-Schmeißer. Ich hab' den Schuriken-Schmeißer. Der Lamin. Boah. Auf der, darauf war ich nicht vorbereitet jetzt. Ich hab' den nicht getroffen, hm? Ich muss ja nicht, dass vielleicht das Treffen damit zu tun hat. Ich hab' den Schuriken-Schmerzen-Berzen-Berzen. Ich hab' den Schuriken-Schmerzen gestorben, weil ich die Wand berühlt bin. Ein Ehrenfeuer tot. Wenn ich schneller da ist, die Kette nicht regenerieren können. Regenerieren sich? Keine Ahnung, auf jeden Fall spawnen die hier immer wieder neu. Wo bist du grad? Oh Gott. Auch gestorben. Ich komme jetzt wieder her. Meine Fresse. Da ist ja irgendwo noch eine... Aura. Ich muss auf Standardpatronen umwechseln. Es geht nicht anders. Ich habe nur noch 10 Schuss in der anderen. Ach du. Und das Hochfliegen geht nicht. Doch, geht. Jetzt geht's. Zipfen. Au. Hallo? Danke. Mir ist auch egal, dass ich daran gestorben bin. Oh, mir geht auch die Standard-Ponition aus. Dann werde ich wohl mal... wurde ja übel auf... Hatten wir hier irgendwo ein Ladegerät? Weiß ich ja da noch was von. Äh, nicht in der Nähe, nein. Ich würde aber gerne durch diesen Bereich durchkommen, möglichst lebend. Ja, darum geht's ja. Weil meine Energiepanzerung leer ist. Ah, meine auch. Da erklärt so einiges. Deswegen habe ich eine zweite Panzerung immer separat dabei. Hier ist noch ein Code fürs Waffenlager. Was? Ich meine, da braucht man noch ein Code fürs Waffenlager, so. Ah. Ey, guck mal her. Also... Hi. Hi. Was denn? Kommt dir das da nicht bekannt vor? Hinter dieser Tür. Ja. Das ist das Shuttle Bay. Ja. Ja. Hier waren klein wenig Panzerbrechende Munition, das ist ähm... Ich meine, du kannst mal eine Standard-Munition haben. Du könntest jetzt doch gerne nach Shodan angreifen. In der Zeit, wo ich noch tot war. Ist auch fast kaputt jetzt wieder. Down. Ich glaube, ich sollte mir ja das Regenerium auf den Hotkey legen. Hier ist noch eine exzellente Laserpistole. Moment. Ich nehme einen Kerl drin, aber... Halt nicht abgegradet, logischerweise. Aber hier ist eine... Hier ist eine Aufladestation. Oh, Moment. Oh, Moment. Wo? Ähm, wenn du unten im Bereich bist... Das war ja rechts dieses kleine Lager. Und links die Tür. Äh, rechts die Tür. Ich kann links und rechts immer noch nicht unterscheiden. Rechts die Tür. Hinten rechts. Hinten rechts die Tür. Okay. Hm, schön. Ich krieg trotzdem noch 100 B. Naja, was Salz. Achtung! Hey. Hey. Der Witz hat mich so ernst. Er will mich gar nicht rauslassen. Problem ist, hier gibt's noch einige vorne in dem Bereich, ne? Au. Boah. Hi. Hi. Muss gegen die Wand laufen. Wie ist das denn? Es fehlt dir nun mal so. Ach so. Das ist ja was im Nachden. Fast run. War fast so. Ich mach mal, ne? Was? Einen Knopf drücken. Klar. Das bringt nichts. Okay. Ich hab'n Lok gefunden. Juh. Anhören? Jetzt? Oder später? Ich kann mich ja nicht anhören, wenn ich hier so unglaublich unsicher stehe. Okay. Hier sind nochmal 12 Patronen von jeder Sorte. Das macht's auch nicht besser. Äh, hinknien. Okay, jetzt können wir hören. Okay. Ich hab'n keine Ahnung, wo alle die Hazard-Suits sind. Wir haben mehr Radiation-Leaks als vorher. Geh'n einige Anti-Radiation-Hypos aus Med. Zumindest ist es besser als nichts. Kenn' ich irgendwoher. Ja. Noch'n Knopf. Ach, wir müssen ihn gleichzeitig... Kann ja, kann ja gar nicht sein. Ne? Eigentlich nicht. Also hat's aber die auch nichts gemacht, oder wie? Nö. Aber ich seh' hier noch'n Shuttle direkt vor mir. Ein funktionierendes. Theoretisch funktionierendes. Hi. Hi. Da drinnen. Die sind alle leer. Okay. Dann mal schauen, wie wir weiter nach oben kommen. Also so zumindest nicht. Immer da ist noch ein Wartungs-Tool, was du liegen hast lassen. Ich bin einfach schack, dass es was bringt, aber okay. Dass es wahrscheinlich nix bringt, weil's ist mir auch klar. Aber ich hab irgendwie Lust dazu. Fünf, vier, drei, zwei, eins... Okay, tut nix. Irgendwas Neues Und erstmal wieder runterfahren Aber ne nicht gerade Lock haben wir noch Jetzt Ich hab dann erstmal ne Show dann direkt vor mir Ja, danke Ich wollte dich nicht anschießen Okay Weil du warst direkt vor mir und, ähm, Show dann auch Wir können die jetzt hören, wenn du wirst Hm? Oh, Scott ist dead He was just headed back to the elevator To get his access card When two cyborgs attacked him I escaped by the skin of my teeth But Scott Okay The rest of us need to reach the shuttle So we can get to the colony And wait for help there If the station doesn't answer On the route in radio transmission checks The UNN undoubtedly will send a spaceship To see what's wrong We'll have to hold out on the colony until it arrives Na, wenn sie meint Mhm So, gehen wir? Ja Aber wo geht's jetzt hoch? Ach, ich will in die Waffenkammer rein Da kommen wir glaube ich gleich noch rein Ach, da geht's hoch Ja Anfangs hat sich mitten in die Reingestellt und mit der mit dem Dings raufgehauen mittlerweile Mitten in die Reingestellt und reingeschossen Perfekt ist doppelt EMP-Gewehr, wunderbar, dann kann ich mal alles herwegschmeißen Das eine habe ich aber geupgradet ein bisschen Ach, GPR mache ich nochmal, kein Problem Ich meine, es ist halt perfekt und so Modify 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 Achso, geht noch einmal in die, okay, hier Kannst ja auch schnell abladen, genau Aufladen meine ich Ja, mache ich dann später Wie lang war es, oder? Ne Da ging es runter, ja Hier sind Chips noch drin Unwichtig Saniten Next Software 3 ist redundant für mich Hier, please make your selection Standard Munition Ähm Was? Was? Nein Nur, dass ich dir jetzt gerade meine Munition gegeben habe Jetzt noch Fragen brauchen Achso, aber jetzt habe ich auf jeden Fall wieder genug Ich meine, ja, 4 und 15 von mir Ja, und ich habe jetzt 168 mir selber noch dazu gekauft, irgendwie Okay Bis von jetzt 100 Stück habe ich mir dazu gekauft Etwa Das war zwar eine ganze Menge an Geld jetzt, die ich dafür ausgegeben habe Aber ich meine, ich habe unglaublich viel, also Ja Und ich brauche die Munition eh, also Schnell Trost Was? Sandwich kann ich einfach nicht essen, weil ich voll bin Ich komplett geheilt bin Komm mal kurz hier Ich habe ein Sandwich gemacht Äh, danke Natürlich komplett selbst gemacht, also Anwarte, was erwartest du denn? Das du den Alk da auf dem Schrank drängst Ich bin aber immer noch voll Ich bin aber immer noch voll Naja Okay Naja geht's noch weiter Hier drin ja auch Waren wir da nicht schon? Nö Wo was auszuräumen ist, waren wir noch nicht Es gibt mehrere Wege hoch, wie es scheint Hier waren wir schon Ja Ah ja, es gibt wirklich mehrere Wege hoch, ja Ah, jetzt haben wir den Code für unten, ne, oder? Äh, weiß ich nicht Wir haben eine Shuttle-Karte gekriegt, auf jeden Fall Um ein Shuttle-Deck zu öffnen unten Okay Hier sind noch Kisten Direkt über mir ist noch Schoda Und sie ist gut im Schießen Oh, da ist noch einer Nice Ich Ja Mir egal, dass es ineffizient war, Leute Das ist mein Leben, weil ich kämpfe Wir bringen dir mal das Wartungswerkzeug mit, ne? Klar doch Ich geh dann schon mal hier, ich mach schon mal hier das Ding auf, oder? Jo Kommst du? Ich bin unterwegs